ich kann das einfach halt nicht durch und werden den nächsten mal überlegen wie ich am besten nachvollziehen machen werde weil er sich wieder blickung und beschweren wird werden m2 müssen wagen um heißt es zu sagen naja ist es einfach frei perfekt um dieses der mädchen und das kann ich halt nicht und deswegen mag das auch nicht ist halt so ja wie soll ich das am besten sagen weil es ist auf fremd perfekt so gemacht dass er wenn sie jetzt auf gewehr also diese schruttflinte tust die du weiß nicht sie ist ein gegner zehn mittel morgen geht es die aus dem mit der entfernung obwohl es da gar nicht gar nicht geht um weil sie nur eigentlich nur für streifschuss machen solltest um ob es kommt und da muss man mit dem raketenwerfer rumzlämt und schnell auf den auf das auf die schruttflinte und dann hast du halt Prozent dieses denn mit wo es da betreten gegner richtig heilt und um so schön sie beträgt die genau so als Prozent wenn sie mit Raketenwerfer oder Knackenbohren schaue um Prozent wie heißt es sind da und er direkt treffer maß mehr ist dieses film nicht und wie gesagt ist es ist technisch gesehen ist es ein prämpfer ja wie heißt das fremd perfekte dienster timing da so eine sache und das kann ich halt nicht trotz ich habe zum 2 markus stelle an meine maus aber markus benutze ich ja nicht auch bei meiner maus ich werde überlegen dass sie vielleicht nicht dass immer das erste mit aufnehmen dann vielleicht aber ich halte zum Probe Match oder 3 4 Punkt um den Metz und dann nehme ich dann auf hatte ich öfters mal vorgehabt weil ich weiß nicht ist sie haben vorhin sind sie macht mich hier weiß nicht ausgehen habe ich dann immer halt wenn es nichts geht jetzt um oder oder generell ja ja 24 2 26 9 solche Zeit aber jedes Mal wenn die da das letzte Mal auch ich krieg das nicht hin ich weiß dass ich viel besser machen kann um wie gesagt ich bin nicht mehr so gut wie vor zwei Jahren mal gewollt also von daher was das höchste war 50 16 Medi only gewesen also 50 16 und im Dreh war es mal so gewesen mit bald war dieses Lini halt da gewesen das heißt was gibt es noch die eine Fassung wird auch noch nicht von Mauer wenigstens am Morgen also Freitag schon aber zu viel geschlafen ja auch bearbeitet sind halt waren Damen und dann musste halt ein bisschen mitarbeiten weil ungefähr die Hälfte der Leute fehlen bis demnächst wieder ja Mission geschafft